Rumble in the Jungle Rumble war der legendäre Titel zwischen dem Boxkampf zwischen Muhammad Ali und George Foreman 1974 in Zaire. Und wenn ich mal in die Runde reingucke, dann sehe ich doch das eine oder andere ergraute Haar, das damals vielleicht live den Boxkampf gesehen hat. Und ich sehe den einen oder anderen schon nicken. Wie war die Ausgangssituation damals für Ali? Ali, sieben Jahre älter als George Foreman, fünf Jahre nicht geboxt, musste antreten gegen einen George Foreman, der als Unbesiegbarkeit, der alle Gegner in zwei Runden ausgenockt hat. Was könnte das Ziel von Ali gewesen sein? Naja, Minimalziel, überleben. Maximalziel, wer weiß, vielleicht mit dem Lucky Punch könnte ja etwas gehen. Von der Strategie her, welche Strategie könnte er sich raussuchen? Wir haben vier Strategien, Druck, Partnerschaft, Ausweiten und Nachgeben. Ali war bekannt dafür, schwebe wie ein Schmetterling, Stich wie eine Biene. Was heißt, er hat getänzelt, sich in Position gebracht und dann, buh, 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 hat er zugeschlagen. Das wäre der Strategie, Druck zuzuordnen. Partnerschaft beim Boxen, wie soll das funktionieren? Ausweichen, wie willst du da gewinnen? Und wer aufgibt, wer nachgibt, hat bereits verloren. Wir schauen uns einfach mal ein paar Minuten aus der Vorbereitung an, ein paar Minuten aus dem Boxkampf. Ausweichen, wie willst du da gewinnen? Ich bin jung, ich bin fast, ich bin pretty, und kann nicht möglich sein. Es ist befitting, dass ich die Spiel einfach wie ich kam in. Beaten ein großer, schweig, 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 schweig. Wenn wir uns hier mal das Gesicht von Ali anschauen, ja, und einfach mal sehen, was er für ein Leuchten im Gesicht hat. Ja, was wir hier erleben, das ist von der Meta-Ebene aus, das heißt, eine ganz bewusste Ali-Show, die er abzieht. Und gegenüber George Foreman, welche Strategie? Er macht hier verbal Druck. Das war's, das war's, das war's. Foreman would never lay a glove on him. But in fact, in his sleep, or wherever his private moment came, he had to know, that he had not done nearly as well against two fighters, particularly Joe Frazier and Ken Norton, whom Foreman had demolished. Down goes Frazier! This jump has got everybody scared. Scared of what? Nothing to be scared of. Wenn wir hier mal schauen und interpretieren die Emotionen in Alis Gesicht, was für eine Emotion kann man hier deutlich sehen? Es ist Angst. Dem ist die nackte Angst ins Gesicht geschrieben. Und was da hier abzieht, ist nichts anderes wie Pfeifen im dunklen Walde, sich selbst Mut zuzusprechen. The time may have come to say goodbye to Muhammad Ali, because very honestly, I don't think he can beat George Foreman. Maybe he can pull off a miracle. But against George Foreman, so young, so strong, so fearless, against George Foreman, who does away with his opponents, one after another, in less than three rounds, it's hard for me to conjure with it. Wenn wir uns diese Rede eines Journalisten anhören, was für eine Art von Rede ist das denn? Wo hören wir üblicherweise solche Reden? Bei Beerdigungen. Das heißt, was der hier sagt ist, hey, alles schön und gut, aber er möge in Frieden ruhen. Weil Chance hat er keine. Also Sie sehen, die Ausgangsposition von Ali, ziemlich schwierig. Ali hat announced, er will dance. Er spricht über all die Zeit. Man konnte eine Interview mit Ali in der Zeit, wo er sagen würde, wie der Foreman kommt, wird mir nahe? Ich werde danceen. Ich werde danceen und danceen. Das Mann wird verrückt, versuchen zu finden. Und als er gropen seinen Weg nach vorne, in dieser Sturm, der blinde ist, der speed von meinem Dänzen, ich werde ihn mit meinem Jaff. Puh, Puh, Puh! Er würde sagen, und so weiter. Wir haben das gehört, und über und über. Und Foreman gehört es, auch. Und Foreman hörte es auch. Welche Strategie, welche Taktiken, gibt Ali bei jeder Gelegenheit bekannt? Er sagt, von der Strategie her werde ich Druck machen. Und zwar mit folgenden zwei Taktiken. Nummer eins, tänzeln, sich in Position bringen. Und Nummer zwei, Puh, Puh, Puh! Schlagen, schlagen, schlagen. Das kommuniziert Ali bei jeder Gelegenheit. Und logischerweise kam diese Message auch bei George Foreman an. Jetzt schauen wir doch mal, welche Strategie, welche Taktiken George Foreman vorbereitet. Foreman hitting the heavy bag is one of the more prodigious sights I've had in my life. It seems to me that of all the people I've seen hitting heavy bags, including Sonny Liston, no one ever hit it the way Foreman did. Foreman was working now on what's called cutting off the ring. Now, cutting off the ring essentially just means cornering your opponent against the ropes or in a corner. He worked with very fast fighters, smaller than himself, who certainly could dance. And he worked on cornering them. And he was very good. And we'd watch this. And the combination of hitting the heavy bag and watching Foreman cut off the ring, made most of the fight riders, myself included, terribly pessimistic about Ali's chances. Welche Strategie, welche Taktiken bereitet George Foreman vor? Von der Strategie, Sie erinnern sich, Druck, Partnerschaft, Ausweih, Nachgeben. Ist es nach wie vor Druck, den er hier einübt? Von der Strategie sind es zwei Strategien. Die erste ist Cornering. Und das übt er mit kleinen, wendigen Boxern, Ali-ähnlichen Boxern, die gut tanzen konnten. Und das zweite, was er übt, ist 15 Minuten auf den größten Sandsack draufhauen, den er zur Verfügung hat. Warum wählt er diese Strategie? Warum wählt er diese zwei Taktiken? Ganz simpel, Ali sagt, ich mache Druck, Foreman macht noch mehr Druck. Ali sagt, ich werde tänzeln, Foreman tut einen tänzenden Boxer abbringend in die Ecke. Ali sagt, ich werde schlagen, George schlägt noch härter zurück. Das heißt, in Wirklichkeit, wessen Strategie bereitet er hier vor? Die ihm von Ali zugedachte Strategie. Jetzt schauen wir doch mal, was Ali in Wirklichkeit vorbereitet. Welche Strategie ist das? Druck, Partnerschaft, Ausweichen, Nachgeben? Was glauben Sie? Es ist Einstecken, Nachgeben. Das ist das, was er in Wirklichkeit trainiert. Ali Boumoyer, Ali Töte ihn. Was macht der Ali bei jeder Gelegenheit mit der Bevölkerung von Zaire? Er versucht, die hinter sich zu holen. Und er geht noch einen Schritt weiter. Er übt mit denen regelrecht einen Schlachtruf ein. Ali Boumoyer. Warum macht er das? Ganz simpel, es werden nachher 100.000 um den Ring sitzen beim Boxkampf. Und besser die schreien Ali Boumoyer als George Boumoyer. Übrigens am Rand erwähnt, natürlich haben die Kinder auch geschrien, George Boumoyer, George Töte ihn. Aber Formen hat gesagt, hey, das will ich nicht, lasst es lieber bleiben. Die Leute sollen lieber sagen, George ist ein netter Mensch, George liebt es in Afrika zu sein, aber nicht George Töte ihn, I don't like it. Eine typische Einstellung eines Monopolisten. Was interessiert mich jetzt drumherum? Es kommt nur auf mich und meine Argumente an. Alle, bereit, Formen, bereit. Wir warten für die Öffnung. Hier geht's, Ali, schnell über die Runde. Runde ein, Ali, bouncing around, shifting left for right. George, es geht um, Ali, geht's der first punch in. A light right hand, take it on the forehead, by George Föhm in the chin. Das ist jetzt. Moves, Ali, mit der right-hand lead, mit der right-hand lead, die ich nicht gesehen habe, viele Mal. A right-hand lead, das bedeutet, dass du deine right, ohne countering, du fangst, du fangst, du fangst, wie ein jab, aber du fangst, wie ein da, das muss, dass du fangst, das extra-distance, über die Schulter. Professionals, sehr rarely, ein right-hand lead, weil es ein sehr gefährlich, zu fangst zu fangst, so dass du fangst mit der leften Hälfte und die Fighters, wenn du fangst, in Millisekund, kann sehen, a right coming much faster than a jab. Nobody had thrown a right-hand lead at Foreman in two years, because it's a great insult to a top professional, when you throw a right-hand lead at him. It suggests that he's slow enough that you can hit him. Welche Strategie wendet Ali in Runde 1 an? Er macht Druck. Mit was für einer Taktik? Die Taktik ist ein right-hand lead, ein Überraschungsschlag, ein Schlag, den Profiboxer nie anwenden würden. Welches Ziel verfolgt er damit? Ich habe vergessen zu erwähnen, wenn ich Fragen stelle, dürfen sie durchaus antworten. Man hat mir gesagt, 45 Minuten, nicht länger, aber ich bin nicht sicher, ob ich das dann schaffe. Also ich brauche Ihre Mithilfe. So, was er natürlich damit erreichen kann, Provokation, Beleidigung, den zu demotivieren, einverstanden als Minimalziel. Hey, wir sprechen über Boxen, was könnte es maximale Ziel sein, den mit einem Lucky Punch K.O. zu schlagen. Was gäbe es denn cooleres, als dass der amtierende Weltmeister von einem Box-Opa mit einer riesen Klappe mit dem Anfängerschlag auf die Bretter gestreckt wird. Jetzt überlegen Sie mal, das ist ein George Foreman, amtierender Weltmeister, treten an hier gegen einen mit einer riesen Klappe und der schenkt Ihnen so einen Anfängerschlag ein. Was denkst du da? Verflucht und zugenäht, was war denn das? Und während er noch innerlich flucht, fängt er sich den Nächsten ein. Ali hat in Runde 1 zwölfmal diesen Anfängerschlag angesetzt und durchgezogen. Alle 20 Sekunden hat George Foreman sich das Ding eingefangen. Was passiert dann mit deinem Bauch? Der fängt an zu brodeln, zu kochen. So, wenn jetzt so ein Boxer mit Wut boxt, was heißt denn das für die Wucht der Schläge? Die geht hoch. Was heißt aber auch für die Genauigkeit der Schläge? Die lässt nach. Das heißt, die Chancen getroffen zu werden, die sinken. Das Risiko sinkt. Was ganz interessant ist, ja, wir reden in der Verhandlungsführung gerne über die sogenannte Meta-Ebene, eine unemotionale Ebene, eine Art Vogelperspektive, von der wir Dinge betrachten und analysieren. Wer ist denn die Meta-Ebene des Boxers? Der Coach. Und der Boxer, die interessante Konstellation, der geht alle drei Minuten seiner Meta-Ebene, kriegt der Feedback, geht wieder rein, setzt das entsprechend um. Schauen wir mal, wie Mohammed Ali das macht, schauen wir mal, wie Formen das macht. Und hier ist sehr schön zu sehen, George Formen sitzt da und drei Mann sprechen auf ihn ein. Er ist reiner Empfänger und drei Leute denken für ihn. Und bei Ali schön zu sehen, der steht für sich alleine da. Ich wage mal die Behauptung, sieben Jahre älter, sieben Jahre mehr Erfahrung, ein sehr intelligenter Boxer, der hat keinen Coach gebraucht. Der war selbst auf der Meta-Ebene und hat Runde eins analysiert. So, wie lief denn die Runde eins? Gut oder schlecht? Jetzt, nachdem Sie nicht so gerne antworten, machen wir es mal so. Wer der Meinung ist, es lief gut, vorsichtiges Nicken reicht mir schon. Also ich sehe viele Nicken, heißt er kann so weitermachen. Jetzt schüttelt er den Kopf. Warum nicht? Es fehlt jetzt der Überraschungseffekt, der wurde jetzt darauf eingestellt. Von der Logik her, wenn du mit Strategie 1 durch bist, hast dein Ziel aber noch nicht erreicht. Solltest du was tun? Wechsel auf Strategie 2. Was hat er vorbereitet? Welche Strategie? Einstecken. Was heißt denn das jetzt für den Ali für die nächsten Runden? Das wird wehtun. Dazu kommt, das ist George Foreman. Jetzt schauen wir mal, was Ali tut. Selbstmotivation. Ich kriege das hin. Ja. Hey, aber es ist immer noch George Foreman. Sie haben vorher gesehen, wie der zuschlagen kann mit dem Sandsack. Und hunderttausend riefen zurück, Ali Boumayé. Was wäre denn passiert, wenn der Ali nicht zwei Monate lang bei jeder Gelegenheit mit den Leuten das geübt hätte? Was wäre passiert, wenn er einfach nur so gemacht hätte? Nichts. Nichts. Welche Genialität, dass sein Boxer bereits zwei Monate vor seiner schweren Verhandlung wusste, da kommt ein Zeitpunkt, da brauche ich Energiereserven und er hat sich diesen Rettungsknopf zwei Monate lang vorbereitet. Und jetzt presst er ihn und hunderttausend schreien Ali Boumayé. Was passiert, wenn hunderttausend Ali Boumayé schreien? Ali wächst ein bisschen. Was passiert mit George? Vielleicht kommt er ein bisschen runter. Frage hier an Sie. Machen Sie das auch, dass Sie zwei Monate vor Ihrer wichtigen Verhandlung bereits sich so einen Rettungsknopf basteln? Geschweige denn, dass Sie zwei Monate vor überhaupt wissen, dass eine wichtige Verhandlung ansteht. Ali hat es gemacht. So he had to cave in. Wenn wir uns das mal angucken, nach welcher Strategie sieht es denn aus? Es sieht ein bisschen aus wie Partnerschaft. Ja, ist es aber nicht. Wenn ein Boxer klammert, was passiert, der Ringrichter unterbricht, Luft holen, geht es wieder weiter. Also Strategie ausweichen. Nachgeben, ausweichen, nachgeben, ausweichen. Welches Ziel verfolgt Ali mit diesem Mix dieser zwei Strategien? Den anderen müde zu machen. Welches Ziel verfolgt er in dem Moment nicht? Den anderen K.O. zu schlagen. Und mit Ausweichen und Einstecken schlägst du kein K.O. Wenn wir uns mal das Ganze hier angucken, wie läuft denn aktuell der Kampf aus Sicht von George Foreman? Wie? Geplant. Wie läuft das Sicht von Mohammed Ali? Wie geplant. Wer hat den Metaplan? Ali. Was, außer einem K.O.-Schlag natürlich, wäre für Ali jetzt ziemlich ungeschickt, denn was passieren würde, wenn George Foreman auf die Meta-Ebene hochgeht und sagt, hey Kollege, ich weiß genau, was du vorhast. Und entsprechend sein Boxstil verändert. Schauen wir mal, was Ali dagegen tut. And for that round, and for the next round, and for the next round, Ali lay against the ropes in the Roper-Dope, and he kept talking to Foreman, and it was extraordinary. He had to be close to see it, but it was all, because it was intimate. And Foreman was throwing these prodigious punches that the sparring partners had thrown, and Ali swung like a man in the rigging. He'd go all the way back, he'd slide out, he'd come in out of it like that, and occasionally he'd get hit, and he'd say, George, you disappointment, you don't hit as hard as I thought you would. George, you're not hitting hard enough. You're not breaking popcorn, George, you're just not hitting. Spinnt er? Warum macht er das? Um den noch wütender zu machen, um den noch mehr in die Mikroebene, in die Emotionen reinzutreiben, damit er noch härter zuschlägt und noch schneller müde wird. I'm breaking popcorn, George, you're just not hitting. That formula's insane, it was rage. and wanging at him and wanging at him and wanging at him powerful, powerful, powerful and in the middle of the fifth round Foreman was worn out. So, mit der fünften Runde war er durch mit seiner Kraft. Ja, welche Strategie hat er noch mal vorbereitet? Es war Druck. Welche zwei Taktiken? Nummer eins, Cornering, hat er gemacht. Nummer zwei, 15 Minuten Zandsack schlagen, sind wie viele Runden? Fünf. Hat er auch gemacht. Das Dumme ist, der Ali steht noch. Von der Logik her, wenn du mit Strategie 1 durch bist, hast dein Ziel aber noch nicht erreicht, solltest du was tun? Wechsel auf Strategie 2. Wenn du eine hast, hat er aber nicht. Und was jetzt passiert, ist, dass ein George Foreman in Runden, wo er noch nie geboxt hat, im Zustand der körperlichen Ermüdung, den er so gar nicht kennt, gegen den früheren Weltmeister Muhammad Ali boxt, ohne Strategie, ohne Taktik. Jetzt fängt ein ganz neuer Boxkampf an. Und man sieht, dass Ali die Deckung gar nicht mehr oben hat und schon wieder schlägt. Und Formen rudert wie ein Hund beim Schwimmen. Und plötzlich wurde klar, dass der Wahnsinn Methode hatte. Heißt übersetzt, in die Verhandlungssprache war's, dahinter steckt eine Strategie und Taktiken.